Guten Morgen ihr Lieben, ihr seht die Sonne scheint. Das ist auch ein richtig schöner Tag, es ist auch schon richtig warm. Da kann ich mein Fließblut, glaube ich, gleich ausziehen. Zumindest jetzt hier erstmal auf dem Platz. Beim Fahrtwind weiß ich noch nicht, da bleibe ich gleich noch an. Ich habe jetzt mein Frühstück gemacht. Und zwar gibt es hier wieder einen Cappuccino und dazu ein Musli, ein Polsch und dazu mache ich mir noch ein paar Äpfelchen rein und den Joghurt rühre ich mir da noch ein. Das ist dann meistens so viel, dass ich das gar nicht alles aufesse. Das heißt, das bleibt dann schön in dieser Dose und wird mitgenommen und das gibt es dann irgendwann in einer Stunde als zweites Frühstück, wenn ich eine Stunde unterwegs bin. Ja, also erstmal frühstücken. Bis später. Ich habe gut geschlafen. Es hat heute Nacht mal nicht geregnet, aber der Morgentau, das Zelt ist halt immer noch ziemlich nass. Ich habe das noch ein bisschen stehen lassen, als die Sonne rumkam. Ich habe in Ruhe gefrühstückt und jetzt ist es 9.33 Uhr. Schauen wir mal mal das Samstag, 2. September. Mal gucken, wie viele Leute hier so unterwegs sind. Bei dem schönen Wetter könnte ich mir vorstellen, dass hier einige unterwegs sind. Und da gibt es bestimmt noch einiges an Gastronomie heute, was auf hat. Und das werde ich sicherlich mal nutzen. Das ist ein Weidendom. Schön, da kann man sich nicht trauen, sich trauen lassen. Kirche natürlich. Schön. Ich habe vorhin schon welche gesehen mit dem Paddelboot. Die haben zumindest ausgeladen. Kann durchaus sein, dass ich hier heute ein paar Paddler sehe. Denn das kann man sicherlich gut machen. So, was kommt jetzt als nächstes? Sollenhofen. Die haben sich gut gehen lassen. So, jetzt geht es gleich ein Stück an der Straße lang. Ich wollte euch noch was zum Campingplatz sagen in Pappenheim. Ein sehr einfacher Campingplatz. Duschen, Toiletten, wirklich sehr einfach gehalten. Da darf man wirklich nicht viel erwarten. Mit 13 Euro. Mit Strom fand ich das jetzt auch ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Lage ist natürlich ein Traum, da auf dieser Insel. Das Wehr ist nebenan sehr laut, aber da ich immer mit Eustöpseln schlafe, hat mich das jetzt nicht gestört. Auch die Enten waren ziemlich laut heute Morgen. Die haben ordentlich Rabatz gemacht. Ja, ansonsten war noch eine Familie da mit zwei Kindern. Die waren auch ganz lieb. Und ansonsten hatte ich den Platz für mich alleine. Es gab was zum rein- und runtersetzen. Es gab eine Steckdose für den ganzen Platz. Ja. Ja, es war okay. Also für eine Nacht ist es okay, aber ich werde da jetzt nicht länger bleiben wollen. Die Wiese waren ein bisschen uneben auch. Da waren so viele Maulwurkshübel. Es war auch eine Weile nicht gemäht. Wahrscheinlich auch durch die Feuchtigkeit jetzt. So eine olle verfallene Hütte stand da. Na ja, so olle gammelige Bierbänke, Bierzeltbänke. Ein bisschen lieblos, das Ganze, sagen wir mal so. Auch der Betreiber war so ein bisschen muvelig. Ja, na ja. Man kann nicht immer alles haben. Es gibt schöne und schlechte und gute und weniger gute und gemütliche und weniger gemütliche. Und es ist auf jeden Fall interessant, was man alles so an Campingplätzen sieht, wenn man so unterwegs ist. Mal gucken, wo ich heute übernachte, wie das ist. Trüben sind noch so interessante Felsen im Hang. Oh ja, jetzt wird es hier felsig. Spannend. Wohin stand da auch was. Jura-Zeit, Gesteine und Fossilien aus dem Jura. Das kann schon durchaus sein, dass man da hier sowas gefunden hat, dass das eben dieses alte Gestein ist. Oh, jetzt wird das echt spannend hier. Boah, das sieht toll aus. Guck mal, das ist ja cool. Und die Schwalben, schön. Die Nisten da, oder unsere Nester, da oben in dem Felsen. Boah, das sieht ja echt toll aus. Das ist ja der Warn. Das sind ja etliche Stückchen, die nicht asphaltiert sind, die sind dann diese sandgeschlemmten Wege. Die lassen sich aber gut fahren. Auf jeden Fall schön breit und auch super ausgeschildert. Also ganz toll gemacht, der Altmühlradweg. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Viele Bänke auch, viele Sitzmöglichkeiten bis jetzt. So vereinzelt habe ich jetzt auch ein paar Leute getroffen mit Gepäck und natürlich auch ein paar Tagesausflügler. Aber es ist jetzt nicht überlaufen, die Strecke. Also man ist wirklich hier auch ganz viel alleine. Sehr schön. Und die Landschaft ist echt ein Traum. An den zwei Campingplätzen, an denen ich jetzt vorbeigekommen bin, die waren auch ganz schön voll. Zumindest der eine. Liegt aber eben auch daran, dass die auch Kanuverleih und sowas haben. Und die sahen auch schöner aus als mein Campingplatz von heute Nacht. Aber dafür war es halt sehr ruhig. Naja, egal. Aber ich gucke auch nicht wirklich vorher. Wenn es nur wenige Campingplätze gibt, dann gucke ich nach der Strecke. Dann gucke ich, welcher von der Kilometerzahl passt und dann ist es mir eigentlich auch egal. Hauptsache ich habe eine Dusche, eine Toilette und einen Platz und ich habe Strom. Bin ja nur für eine Nacht. Wenn ich mal irgendwie länger bleiben würde, dann würde ich mir natürlich schon die Homepages ein bisschen genauer angucken. Und auch die Bewertungen. Aber für eine Nacht sehe ich das entspannt. Und so mache ich das eigentlich auch, wenn ich feste Unterkünfte habe. Bin ich da nur eine Nacht. Gucke ich, dass es nicht an der Hauptverkehrsstraße liegt und halbwegs ruhig ist und das Fahrrad einschließen kann und sowas. Alles andere ist mir dann eigentlich egal. So eine schöne Gegend. Ich bin so richtig sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich euch sonst erzählen soll. Es ist einfach nur schön. Gute Entscheidung, das Altmühltal mal zu machen. Die Donau fließt ungefähr 15 bis 20 Kilometer südlich von hier. Das ist ja wirklich gleich um die Ecke. Ich fahre praktisch mehr oder weniger parallel zur Donau, aber eben in wahnsinnigen Schlingen. Die Donau ist praktisch da, in diese Richtung. Obwohl bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil ich weiß ja nicht, wo Süden ist. Obwohl da vorne ist Osten, also müsste eigentlich da Süden sein. Die Sonne kommt ja noch von vorne, also ich fahre noch östlich. Dreiviertel elf. Naja, ist auch egal. Wo Süden ist, auf jeden Fall auf meiner Karte ist es südlich von hier. Felsen, das ist echt toll. Das macht das Ganze nochmal interessanter, weil nur jetzt so Wald und Feld und Fluss, das ist auf Dauer dann doch ein bisschen eintönig. Aber mit diesen Felsen, das finde ich echt spannend. Und hier sind jetzt auch echt ein paar Leute unterwegs. So ab Dollenstein war da jetzt echt was los. Nächster Ort ist dann Eichstätt. Da brauche ich heute, glaube ich, einiges an Speicherplatz. Hier habe ich jetzt einen schönen Platz gefunden für eine zweite Frühstückspause. So, dann lassen wir uns das nochmal schmecken. Ich muss unbedingt Wasser besorgen. Ich habe nämlich nicht mehr viel. Ich fülle das jetzt hier mal um in meine Flasche, die ich am Rad habe. Aber das ist nicht mehr viel. Ich habe es irgendwie vergessen, mir auf dem Campingplatz was nachzufüllen. Ich belächle immer die, die dann sagen, Och, ich habe vergessen, mir im Campingplatz Wasser nachzufüllen. Jetzt ist es mir selber passiert, dass ich es vergessen habe. Naja, so ist das. So, Brille wieder auf. Es ist nämlich echt sonnig. Und es ist echt warm. Ich ziehe jetzt meinen Pulli aus. Gestern habe ich noch gedacht, Ach, hast du das T-Shirt ja völlig umsonst mit. Und heute, ja. Jetzt hänge ich das ja auch noch in meinen Pulli. Ach man. Naja, egal. Irgendwann wird alles gewaschen. Och, ist das schön. Richtig schöner Platz hier. Na gut, ich esse jetzt mal. Da müssen wir nicht zukicken. Das ist nämlich langweilig. Die liegen schon echt hübsch hier, diese Orte. Oben auf dem Berg ist noch einer. Da werde ich aber hoffentlich nicht hochfahren müssen. Kann man auch bestimmt toll wandern. Das ist bestimmt auch zum Wandern. Eine sehr, sehr schöne Ecke hier in den Bergen. Ich hoffe, dass es solche kleinen, gastlichen Sachen öfters gibt. Ich finde das total süß. So einen kleinen Schäferwagen hinten dran. Und den als kleinen Bierwagen. Herrlich. Ich habe ja nun gerade meine Pause erst gemacht. Von daher kam das jetzt nicht so ganz ideal. Außerdem brauche ich einen Supermarkt, um Wasser nachzukaufen. Oder zumindest einen Trinkwasserhahn irgendwo. Das Eichstätt kann das ja jetzt nicht mehr weit sein. Vielleicht noch drei, vier Kilometer. Nach jeder Kurve kommt hier ein neues, imposantes. Ja, ein neuer, imposanter Anblick. Also einfach nur wunderbar. Und das Wetter, das trägt natürlich heute dazu bei, dass es einfach nur schön ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach nur schön. Ober-Eichstätt ist das jetzt hier schon. Okay, na dann sind wir ja gleich in Eichstätt. Na, sehr gut. Dieses Grün, na, das ist ja unglaublich. Also es ist jetzt hier nur grün hier in verschiedenen Schattierungen. Aber nur grün. Und grün ist ja so eine entspannende Farbe für die Augen und für die Seele. Also von daher genießt es, wenn ihr irgendwo im Grünen seid. Das ist, das reduziert Stress. Das ist einfach nur schön. Das ist ja Wahnsinn, die Aussichten werden in jeder Ecke schöner. Ist das nicht der Hammer? Einfach nur cool. Ein Sonnenuhr. Na, dann schauen wir doch mal, wie spät es ist. Wir haben ja noch Sommerzeit. Da muss ich eine Stunde abziehen, glaube ich. Ne, dazu rechnen. Halb zwölf. Warte mal, jetzt müsst ihr aber erst mal aufs Handy gucken. Es ist um zwölf. Also müsste das auf elf Uhr stehen. Also ganz genau geht sie nicht. Es ist nämlich jetzt schon zwölf Uhr vier. Hm. Aber die Kleine, die geht, na ja, die geht auch nicht ganz nicht. Also ganz genau geht sie nicht. Aber es ist ja auch, wir haben ja diese komische mittel-europäische Zeit. Und das ist ja dann nicht die ganz exakte Zeit, wenn wir nach dem Sonnenstand gehen. Von daher sind Sonnenuhren tatsächlich viel genauer, wenn wir mit diesen Zeitzonen. Und dadurch ist das jetzt hier, ja wie soll ich sagen. Kann ja nicht sein, dass eben im Osten von Deutschland und im Westen von Deutschland die gleiche Zeit ist. Laut Sonnenstand geht das ja gar nicht. Deswegen sind Sonnenuhren immer ein klein bisschen in der Zeit verschieden, wenn man sie korrekt aufbaut. So, Päuschen mache ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt tatsächlich noch das Stück bis Eichstätt. Also, Leute這邊 geht das doch los, irgendwo interessierungen auch schon auf whatnot. Und wenn ihr seid das dann, fazer Punkt heraus, oder wie ihr seid. Ja, ich meinst. Aber jetzt bin ich intrigierend. Sag in die Freude. Jetzt habe ich Eichstätt verlassen, habe dort an dem Marktplatz schön was gegessen von meinen Vorräten. Meine Taschen sind so voll, ich habe mir im Edeka ordentlich zugeschlagen, weil morgen ist ja Sonntag. Das hätte ich total vergessen, wenn ich mich bei der Sonnenuhr mit den Leuten dort unterhalten hätte. Und so habe ich jetzt gleich für heute und morgen mein Essen alles dabei. Ja und dann bin ich da auch flexibel und unabhängig. Wir sind jetzt übrigens noch nicht mehr in Franken, habe ich mich jetzt belehren lassen, dass das nicht mehr Franken ist. Ja, man hört es auch an der Sprache irgendwo. Der Himmel hat sich jetzt ein bisschen zugezogen, ist aber nicht schlimm, es ist trotzdem noch warm. Ich fahre kurzärmlich, also schön. 2. September, passt. Das müsste eine alte Bahnlinie sein hier. Jetzt so gerade, ohne Steigungen, ohne alles, so gleichmäßig. Boah, schade ist das jetzt die ganze Zeit hier im Schatten lang geht, weil so warm ist es jetzt auch nicht, um der Kühle des Waldes zu fahren. Also naja, es geht gerade noch so, aber könnte wärmer sein. Fünz ist das Gemeinde Fünz, Weltkulturerbe. Okay, wollen wir mal gucken, was hier Weltkulturerbe ist. Okay, auf dem Schild stand des Resels Lösungen. Das ist der Limes. Das ist das Weltkulturerbe. Und das ist irgendwie so ein römisches Kastell, irgendwas. Für mich heute nicht interessant. Oder fahren wir da mal hin. Können wir auch mal hinfahren. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Ich glaube nicht. Ne, Leute, 20% Steigung tue ich mir jetzt nicht an. Das ist mir jetzt eindeutig zu weit oben. Nicht mit Gepäck. Ich fahre jetzt hier auch ein Stück auf der Via Rhetica. Also gibt es ja verschiedene Vias. Und die Via Claudia Augusta ist ja eigentlich die bekannteste, sag ich mal. Aber die Via Rhetia, die führt hier lang. Ich muss mir jetzt mal irgendwo meine Ecken suchen, wo ich mal pullern kann. Aber jetzt ist hier gerade Straße. Mal schauen, vielleicht gibt es irgendwo einen Feldweg oder sowas, wo ich mal kurz reinfahren kann. Und als hätte der Feldweg auf mich gewartet hier, dass ich das sage, war er auch gleich einer. Soll ich euch mal was sagen? Ich hätte jetzt gern mal wieder eine andere Landschaft. Es reicht jetzt erst mal. Ich hätte jetzt gern mal wieder entweder was Weites oder irgendwas, wo ich von der Höhe runter gucken kann. So ist das halt bei mir. Deswegen fahre ich ungern solche kompletten Radwege, weil ich weiß, wenn das dann tagelang immer dieselbe Landschaft ist, finde ich dann langweilig irgendwann. Also entweder gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Ortschaften. Ja, oder es gibt eben unterschiedliche Landschaften. Da hat mir eigentlich am besten gefallen, von allen Radwegen, die ich bis jetzt gemacht habe, die jetzt auch Namen haben. Einmal die Romantische Straße bin ich von Meiningen bis nach Füssen gefahren. Über Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühl, Augsburg. Das war sehr, sehr schön, auch abwechslungsreich. Und den Leineheideradweg. Von Leinefelde bei uns in Thüringen im Eichsfeld bis hoch nach Hamburg. Und von da bin ich dann weiter über Ratzeburg, Travemünde, Lübeck oder andersrum Ratzeburg, Lübeck, Travemünde, die Ostseeküste bis Flensburg. Das war auch abwechslungsreich. Da gab es auch unterschiedlichste Landschaften, viele schöne Orte. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Es war schön, aber irgendwie sieht es jetzt so mal gleich aus. Das Tal ist jetzt ein bisschen weiter geworden. Ja, und der Himmel hat sich auch wieder etwas, ja, etwas entwölkt. So weiß-blauer Himmel, sagt man ja schön. Typisch Bayern. Kleine Wölkchen auf blauem Himmel. Das sieht aus wie Raps, aber ich glaube, das ist keiner mehr. Das muss irgendwas anderes sein. Das riecht aber wie Raps. Weil im September blüht kein Raps mehr. Also bei aller Liebe. Das sind echt so total beschauliche Dörfer. Das ist irgendwie süß. schon immer beeindruckend, wie sich so ein Fluss eingräbt in so ein Tal. Da oben auf dem Felsen eine Burg. Passt sich farblich natürlich total dem Felsen an. Da unten steht auch einer im Wasser. Der hat Kopfhörer auf. Ich vermute mal, der hat irgendwie eine Sonde und sucht irgendwas Wertgegenstände. Weiß ich nicht, ob der so ein Sonar hat, ob der irgendwelche verloren gegangenen, über Bord gegangenen Wertgegenstände sucht. Keine Ahnung. So, jetzt kommen hier noch mal ein paar Bötchen. Ja, macht ganz schöne Schlingen hier jetzt, die Altmühle. Da muss ich noch rum. Irgendwie um so ein paar Schlingeln. Da oben geht eine Autobahn lang. Da hat man die eine Spur etwas tiefer als die andere. Also das ist hier die Spur, die mir am nächsten ist. Und dann so ein Stückchen weiter. Höher ist die andere Spur. Nach vorne kommt die dann irgendwo wieder zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Autobahn ist. Muss ich dann mal gucken. Jetzt habe ich gerade ein bisschen hin und her belegt. Ich habe nochmal geguckt wegen Campingplätzen. Ich hätte jetzt hier in Kipfenberg, der sah auch sehr, sehr schön aus, übernachten können. Aber mir ist das jetzt noch ein bisschen zu früh. Deswegen fahre ich jetzt noch weiter. Der nächste Ort Campingplatz ist kurz vor Beilenkries und in Beilenkries nochmal. Und das sind noch so zehn Kilometer ungefähr. Das werde ich jetzt noch fahren. Da bin ich dann so gegen vier auf einen Campingplatz. Das passt. Früher muss das jetzt nicht sein. Also um halb vier oder um drei ist vielleicht noch ein bisschen früh. Habe ich auch schon gemacht. Aber da war dann auch ein Badesee oder sowas. Dass ich dann gesagt habe, okay, heute einfach mal baden. Aber baden ist glaube ich dann doch heute nicht mehr so angebracht. Und dann reicht es mir auch für heute. Bis später. Das sind auch alles sehr hübsche Orte. Die sind alle mit einem Gasthof. Und ja, da waren noch mal Ferien auf dem Bauernhof. Auch für eine Nacht. Also wirklich überhaupt auch so Gasthäuser zum Einkehren. So für die Wochenendausflügler, Tagesausflügler. Ich weiß auch jetzt, was das für eine Autobahn ist. Das ist die A9 natürlich Richtung München. Also jetzt kam hier aber noch mal so ein paar ganz kleine knackige Anstiege. Und mit dem Gepäck merkt man das schon, dass man ein bisschen mehr von seiner Power dazugeben muss. Und das zehrt natürlich auch gleich richtig an der Reichweite. Bin jetzt im Eco, hab noch 21 Kilometer Reichweite gefahren. Bin ich hauptsächlich im Tour. Auch ein ganzes Stück im Eco. Bin jetzt 72 Kilometer gefahren. Also so um die 90 Kilometer jetzt hier. Ja, es ist aber auch nur ein 500er Akku. Das haben wir halt auch nicht vergessen. Ist halt auch nicht mehr so ganz neu. Und ich hab halt auch jede Menge Gepäck dabei. Jetzt geht es erstmal ein bisschen bergrunter. Da spart man sich wieder ein bisschen Strom. Ist noch nicht mehr weit mit Bayern Gries. Ich weiß jetzt gar nicht wie weit, weil es stand jetzt nirgends mal was dran. Nur als Ausschütterung, aber ohne Kilometer. Mensch, ich bin halt erst denn, was ist denn heute? Samstag, Mittwoch, Donnerstag, für den vierten Tag bin ich jetzt erst unterwegs. Ja, jetzt fange ich schon an zu überlegen, was vom Wochentag ist. Wie viele Tage ich schon unterwegs bin. Ja, man hat so schon das Gefühl, schon eine ganze Weile weg zu sein. Ich hab letztes Jahr ja zwei große Reisen gemacht mit jeweils drei Wochen. Muss ich sagen, war mir tatsächlich ein bisschen viel, weil man diese ganzen Eindrücke irgendwie nicht mehr verarbeiten kann. Die habe ich aber nicht gefilmt. Ich filme ja erst seit Juli diesen Jahres und hab da halt viele Fotos und ein paar Videosequenzen habe ich da natürlich auch. Mal schauen, wenn mir irgendwann mal das Videomaterial ausgehen sollte für Filme, dann werde ich diese Fotoserien mal machen von meinen ganzen Radreisen. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre und werde die mal auch mal so mit einbringen. Aber im Moment habe ich noch genug Material. Ich mache ja auch sehr viele Touren, Tagstouren bei mir in Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt. Da gibt es also auch noch etliches, was da in Reserve liegt, was dann auch erst mal drankommt. Auch diese Videos hier von der Reise, da liegt auch einiges dazwischen. Aber das seht ihr ja dann selber. Ich schreibe das Datum immer mit dazu. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, am Donnerstag den Heimreisetag zu machen, also den Zugtag. Jetzt wird das aber so schönes Wetter. Erst mal gucken, wie weit ich jetzt noch, sag ich mal so bis Dienstag oder Mittwoch komme und dann entscheide ich das. Ich müsste eigentlich aller, aller, aller spätestens am Freitag zurück. Aber Freitag will ich eigentlich nicht zurückfahren. Das hat einfach den Grund, weil A kriege ich Freitag mit Sicherheit keinen ICE-Stellplatz mehr, egal von wo. Freitag ist halt einfach auch schon Wochenende und in Bayern gehen die Ferien zu Ende. Nee, muss ich, muss ich mir glaube ich nicht antun. Also der Donnerstag als Rückreisetag bleibt. Es sei denn, ich krieg tatsächlich noch für Freitag ein ICE-Ticket. Das kann ich ja nochmal gucken. Aber da will ich mich noch nicht festlegen. Das mache ich einen Tag vorher. Und ansonsten fahre ich halt mit dem Regionalverkehr. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil so weit weg bin ich dann auch nicht von Thüringen. Stand gerade dran. Bayernkrieg ist noch sechs Kilometer. Kratzmühlen ist jetzt der nächste Campingplatz. Das ist noch 500 Meter. Ja, die sechs Kilometer, die werde ich mir jetzt noch geben. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Muss ich mal gucken. 15,53. Jo, alles gut. Ja, so gegen vier auf dem Campingplatz. Sehr schön. Ich kann mein Zelt nämlich noch ein bisschen trocknen und ich kann mich da noch ganz in Ruhe auf den restlichen Abend vorbereiten. Es wird ja dann doch schon relativ zeitig dunkel und kühl und krieg mich dann auch relativ schnell ins Zelt. Guck noch ein bisschen YouTube. Ich hoffe, dass ich nachher auch da ordentlich Strom habe. Sonst, ja, ich konnte ja gestern gut aufladen, aber ich hätte schon gern heute wieder eine Steckdose. Wäre schon ganz nett. Brauche ich ja nur eine. Recht mehr. So, jetzt fahre ich hier mit den allerletzten Akkukörnern noch bis zum Campingplatz. Das kann jetzt nicht mehr weit sein. Mein Akku sagt mir neun Kilometer. Aber er geht so schnell dann runter bei dem letzten Balken, dass du eigentlich nur noch die Hälfte davon nehmen kannst, als was er dir anzeigt. Das ist er hier, der Campingplatz. Jetzt muss ich nur irgendwo die Einfahrt finden. Ja, da ist Platz. Hauptsache die haben hier irgendwo Strom. Im Moment sehe ich hier nichts. Mal gucken. So, da will ich euch mal zeigen, wo ich heute Nacht übernachte. Auf welchem Campingplatz. Und zwar in Ballengries. Das ist ein Fasshotel oder Schäferwagenhotel. Also die haben hauptsächlich eben Fässer und Schäferwagen. Und weiter vorne sind dann auch noch Chalets. Und ich stehe jetzt hier auf der Wiese, auf der Zeltwiese. Viel Platz. Nicht viel los hier. Strom habe ich auch. Und jetzt werde ich mal übers Gelände laufen. Und werden mal gucken, was es so gibt. Weil was ich so gesehen habe, war ganz nett. 21 Euro. Ziemlich teuer. Duschenstrom inklusive. Also zumindest habe ich jetzt nicht nach Strom gefragt. Habe mich einfach drangesteckt. Ich meine, niedlich sind die schon, ne? Irgendwo. Voll hübsch. Aber Schäferwagenhotel. Das kann man machen, wenn das Wetter dann irgendwie ungemütlicher ist. Wenn die Nächte kühler sind und man nicht mehr im Zelt schlafen mag und wenn es auch so zeitig dunkel ist. Ja, vielleicht wenn ich im Oktober noch mal unterwegs bin, dann vielleicht, dass ich dann sowas mal mache. Aber da nehme ich nämlich das Zelt so gar nicht erst mit. Das sieht so aus wie so Wohnclos. Aber vielleicht sind das auch die Duschen, oder? Also Schäferwagen ohne Ende hier, ne? Ich kann mir das aber gut vorstellen, dass das im Sommer schon auch ausgebucht ist. Und so Chalets hier. Die sind natürlich immer schick, diese Chalets. Mit Terrasse oben drauf. Und da ist so ein Trailer. Die sind natürlich toll, diese großen Dinger. Wollen wir mal reingucken. Die sind noch nicht ganz fertig. Die sind schon nicht schlecht. Küchenzeile und Schlafraum und Bad. Da ist eben alles drin. Ja, da ist ein Stückchen Weg bis zum Waschhaus. Guck mal mal, was das hier ist. Toilette sehe ich hier schon mal. Nachttoilette, okay. Okay, schau mal. Oh ja. Sieht gut aus. Schön. Perfekt. Kleine. Und diese weißen Dinger sind tatsächlich so Toiletten und Duschhäuser. Ich denke mal, die kann man dann privat mieten. So, das ist schon gar nicht mit drauf. Hier Pappenheim, das war hier hinten. So, das bin ich alles heute gefahren. Das war die tolle Burg da oben. Eichstätt habe ich Päuschen gemacht. Arnsberg, da war eine der Burgen. Kipfenberg, da hatte ich überlegt, ob ich hier zelte. Da bin ich über den Wald gefahren. Hier in diesem Kratzmühlsee. Da war auch ein Campingplatz. Der ist ein bisschen weg vom See. Der ist hier. Da ist jetzt bei Eingries. Kurz vor Eingries. Da bin ich jetzt. Und da geht es morgen weiter. Oh, da komme ich jetzt zu meinem Donaukanal morgen. Da ist ja eigentlich die Altmühl vorbei. Ach, na sowas aber auch. Ja. Na da. Das habe ich auf der Karte so gar nicht gesehen, dass das jetzt schon mein Donaukanal ist. Und hier geht der Limes lang. Seht ihr das hier? Das ist der Limes. So, dann wollen wir mal Essen machen. Heute gibt es wieder Suppe. Diesmal eine andere. Diesmal habe ich mir Linseneintopf mit Würstchen geholt. Jetzt müssen wir den Trang hier aufbauen. Mal gucken, ob ihr was seht. So, packe ich hier mal gut ein. Ist ja nicht zerkratzt und so. Weil ich habe mir nämlich schon eine so eine Pfanne nachkaufen müssen, weil ich diese Folie rausgemacht habe. Und dann immer als Deckel und dann ist das total zerkratzt. Und seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtig. Hat halt jeder so seine Eigenheiten, gell, seine Macken. Die er da so beim Zelt, beim Camping hat. So, warum kriegt ihr das jetzt so mit ruf? Gibt es das denn hier? Ich habe mittlerweile diverse angefangene Gaskartuschen, was natürlich Blödsinn ist. Na, rauskommen sollte es ja wenigstens auch. Ah, das werde ich noch ein bisschen verdünnen mit Wasser. Ich habe extra noch Wasser geholt gerade vorne. Aber das wäre jetzt eine richtige Suppe. Und nicht hier so eine Pampe. So, dann lassen wir das mal ein bisschen kücheln. Und dann bis später. Ich habe doch den ganzen Tag nicht wirklich viel gegessen. Deswegen kommt mir das jetzt hier gerade sehr gelegen, dass ich jetzt hier einen Pott habe. So, den werde ich jetzt gemütlich essen. Und werde gleich mal so ein kleines Fazit von heute noch machen. Traumhaft schöne Landschaft, keine Frage. Wunderschön, toll ausgebaut, toll ausgeschildert, überall so kleine Gasthöfe. Es war auch gut was los auf der Strecke, aber es war jetzt nicht überlaufen. Ja, der Campingplatz für 21 Euro ist okay dafür, dass man hier keinen Wasseranschluss hat und die Toiletten eben auch ein Stückchen weg sind. Na ja, okay. Reden wir nicht drüber. Aber würde ich das nächste Mal glaube ich anders machen. Ich konnte aber tatsächlich keine Preise sehen irgendwie auf der Homepage. Oder ich habe nicht richtig geguckt. Ich hätte vielleicht da vorne doch an der Kratzmühle bleiben sollen. Also, das waren halt über 80 Kilometer heute. Es rollte sich gut, ansonsten wäre es mir eigentlich zu lange gewesen. Ich bin eigentlich eher so, ja, ich war so kurz nach vier hier. Das ist okay. Zelt aufgebaut und allem drum und dran. Jetzt ist es, muss ich gucken, 17.52. Ja, jetzt werde ich was essen. Dann werde ich duschen gehen, wenn die Sonne hier so ein bisschen weg ist. Was sie auch gleich macht hinter den Bäumen. Und dann lasse ich den Abend in Ruhe ausklingen. Und wenn es dann dunkel wird, kriege ich mich in mein Zeltchen. Gucke noch ein bisschen YouTube. Ich habe jetzt Strom im Zelt. Das heißt, da habe ich heute überhaupt keinen Stress mit irgendwelchen Sachen, die ich nachladen muss. Und wo ich nochmal rausgucken muss und so. So, frisch geduscht. Haare habe ich heute nicht gewaschen. Das mache ich eigentlich nur jeden zweiten Tag. Oh, meine dünnen Fuß sind. Ich muss hier unbedingt wieder färben. Gruselig sieht das ja aus in der Kamera. Na egal. So. Ja. Gegessen habe ich auch. Satt bin ich. Und dann gucke ich jetzt noch ein bisschen YouTube-Videos. Und dann geht es ab in die Haier. Ich muss ja sagen, so dieses Ende August, Anfang September, wenn das nicht schon so zeitlich dunkel wäre. Das ist eine echt coole Reisezeit, weil diese Hauptferien sind rum. Und es ist nicht mehr so heiß. Also man kann das echt gut aushalten. Und auf den Campingplätzen kriegt man überall Platz. Also das war überhaupt kein Problem. Ich musste mich nicht mal anmelden. Ja. Wer jetzt nicht unbedingt auf eine Badezeit aus ist, kann ich das eigentlich empfehlen, das so ein bisschen nach hinten zu verlegen ins Jahr. Aber klar, man muss damit leben, dass es eben das Zelt früh nass eingepackt wird. Da muss man eben dann das abends noch ein bisschen auslüften. Da kann man eben nicht so spät auf den Campingplatz kommen. Oder man muss zwischendurch mal das Zelt ein bisschen aufschlagen. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin müde. Oh, ich schlafe fast zehn Stunden durch hier. Das ist unglaublich. Aber es ist ja auch gut so. Ich bin ja auch den ganzen Tag unterwegs. Ich sehe auch, ich habe ordentlich Farbe gekriegt. Schön. Ja, ihr Lieben. Ach Mensch. So ungefähr die Hälfte der Zeit ist jetzt um. Ich habe jetzt vier Tage. Ja, mal gucken. Die anderen vier Tage. Ich habe ja festgestellt, dass der Altmühlradweg eigentlich morgen relativ zu Ende ist. Und dann geht das ja am Main-Donau-Kanal weiter. Und ich muss mir das morgen echt nochmal überlegen, wo ich da langfahre. Ob ich Richtung München fahre oder ob ich in der Donau ein Stück langfahre. Aber das ist dann erst so zum Ende des Tages die Entscheidung, wo es dann weitergeht. Welchen Campingplatz ich ansteuere. Das werde ich mir dann, glaube ich, morgen mal in der Mittagspause zur Gemüte führen. Da eine Entscheidung fällen. Ja, ich will nicht so lange planen. Ich plane so von Tag zu Tag und gucke auch immer, wie es mir geht und wie ich so Lust und Laune habe. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann setze ich mich in den Zug und fahre nach Hause und genieße noch ein bisschen das schöne Wetter zu Hause. Also das ist nämlich auch schön, dass ich auf meine Terrasse lege und einfach nichts mache. Mal gucken. Ja, na denn. Da wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Wie immer! Bis zum nächsten Mal. Heting Untertitelung des ZDF, 2020